Musik Insekten bieten noch ganz andere Sachen, wie zum Beispiel sehr, sehr gesunde Fettsäuren. Wie die Fische zum Beispiel auch. Bei Fischen haben sie in der Trockenmasse circa zwei Prozent Omega-3-Fettsäuren. Und unsere Insekten, zum Beispiel der Mehlwurm, der hat das siebenfache. Musik Wir haben ja gedacht, dass die jüngeren Kunden da ein bisschen mehr experimentierfreudig sind. Aber es sind wirklich doch 50 plus Kunden gewesen, die das wirklich angenommen haben und teilweise auch im Laden mal die Würmer auch probiert haben. Musik 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 Musik